Und auch Junge, niedrige Anziehungskraft, auch Junge, äh, die Kaaah. Alter, nein! Ja, haha. Ich frage, ob ich eine Anmoderation mache oder nicht. Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Ja, also damit alle Leute willkommen. Wir spielen jetzt Bad Boss mit Nimmerland, Reichen und Maurus. Aloha! Aloha! Ja! Moin! Hallo! Ich habe versucht, sie richtig demotivieren, sie die Anmoderation zu machen. Dann kommt ihr alle richtig happy. Wie geht es da scheiße mit Sprungkraft? Was ist das für eine Kacke? Ja, das ist richtig nervig. Ich komme hier irgendwie auch gerade gar nicht so klar. Also nicht, dass ich vorher klar gekommen wäre, aber... Das ist so nervig, Alter. Das ist so cool. Ah, das ist doch scheiße. Ja, das denke ich mir auch gerade. Alle so voll nervig und immer auch so voll geil. Ja, wirklich. Da hat sich jemand hingebaut. Oh, grau und rot. Ja, viel Spaß euch beiden. So. War nix. Ihr seid keine Nachbarn oder so. Ja, und? Achso, ihr macht dann so 2 gegen 1, ne? Ja. Ich glaube, ich gehe auf ob sie die anheben. Was? Oh, nix. Ist das scheiße im Kampf, diese Sprungkraft? Ja. Maurus findet das geil. Also dann... Einer Riegen. Ah ja, Leute. Der Maurus, sein Bett ist weg. Alter, geil. Mann, geh mal nicht auf die Nerven. Oh nein. Ist er schon tot? Ja. Oh ja, perfekt. Ja gut, danke. Muss ich ja gar nichts mehr machen. Ja gut. Aber irgendwie ist es trotzdem geil. Oh, da läuft ein Grüner. Ist das Grün? Ne, ist nicht. Achso, das ist Türkis. Wer ist denn Pink? Äh, Riechen, der Böse. Ja, ja. Natürlich, ja, ja. Was? Nein. Hallo. Ich bin nicht Pink. Hallo. Oh nein, Feuerball. Ah nee, hat sie aber nicht überkommen. Nein, ich will hier nicht überbauen. Okay. Welpenschutz, verstehe. Warst du nicht in deinem Mittler, Riechen? Nein. Ah, gut. Ich war nur auf die Einzelnen, wo Leiden Maurus aus war. Na ja, dann blöd, ne? Ja, der ist auf mich gegangen, das ist unfair. Ich habe ihm gar nichts getan. Ne, 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 ne. Glaub ich dir irgendwie aufs Wort. Ja, schau, irgendwo muss ich aufräumen anfangen. Ja, ja. Ja, aber du bist ein Dummi. Achso, ja, klar, 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 klar. Ich glaube, ich könnte euch jetzt einfach alle richtig wegmachen. Das hört sich ein bisschen abgehoben an, aber ich glaube, das könnte ich. Mach doch. Ich hab dann jetzt außerstehen, ich bin noch tot. Ah, stimmt. Na dann, weil du es bist. Riechen, hallo. Ich habe keinen Feuerball. Danke dir. Ich habe einen. Hier, bitteschön. Oh lol, die Map geht kaputt. Aaaaah. Aua. Wenn ich jetzt springe und dann Schaden nehmen müsste ich... Oh Gott, hallo. Jetzt brennst du auch. Aha, jetzt kommst du aber nicht mehr rüber. Ach doch, du kommst trotzdem noch rüber. Ach komm, ja, Alter, ich mach die weg. Na, wo bist du auch? Na, ich schau mal, wie weit du kommst. Na, kurz so in Erinnerung steht hier, ne. Das bist du weißt, dass du... Hallo, hast keinen Druck. Aaaaah. Hallo, ich hab doch gesagt, du hast keinen Druck. Ah, TNT. Ah, okay, ja. Oh. Ja, bist echt weit gekommen. Guck mal, da ist Obsidian. Du Dreckhund. Haaa. Haaa. Aua. Du Dreckhund. Danke, Raichne. Nein, ich brenne. Ja, bitte. Du brennst. Oh nein. Ja. Ich selber angezündet. Aber mit dem TNT war eine echt gute Idee, muss ich schon sagen. Raichne, bist du bereit zu sterben? Vielleicht. Nee. Okay, ist mir egal. Ich greif dich trotzdem an. Da bist du ja, hallo. Greif dich von hier? Ja, ne. Oh, der war, glaube ich, ganz schön. Geh nochmal, da guck. Oh, bist fast reingefallen. Oh nein. Was? Du gehst nicht wirklich auf Türkis, oder? Okay, dann geh ich auf dich. Hey. Ja, der Raichne ist so böse. Böse als Bob. Ja, ja. Nimmerland hat nichts gemacht und er geht einfach auf sie. Ja. Ja, ja, so ein Böse. Nein. Ich wollte, ich hab mein Schwert nicht bekommen. Du hast dann ja richtig Kacke zugebaut. Ja. Ja, ich weiß. Okay. Geh weg. Du pizze, geh weg. Man kann's ja bitte, man kann's ja sagen, ne. Vielleicht macht das ja auch. Ganz bitte, bitte, bitte. Ja, ja, vielleicht. Hä? Ich seh ihn nicht mehr. Ja, ich bin auch tot. Ach du bist, ach so, du bist, ach so. Nimmerland hat Zucke gewonnen. Oh krass. Nimmerland kill ihn. Aber ich bin auch so lieb und mach doch gar nichts. Ja. Warum baust du dein Bett mit Obsidions? Ja, richtig. Oh nein, oh mein Gott. Nein! Wo ist mein Schwert? Hast du das Schwert? Warte. Ja, ich warte. Ja, da hast du's, okay. Aber mit dem Holzschwert, machst du überhaupt Schaden? Ich glaub nicht. Ne, ach doch sogar ein bisschen. So anderthalb Hertz. Ja. Ja. Feuerball! Warte, ich schlag dich mit der Hand kaputt. Komm her. Bisschen respektlosigkeit. Ja! Ja. 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 Ich hab einen gemacht. Ja. Ja, stimmt. Voll gut. Ja, voll krass. Mein erster Kill. Ja, mega. Machen wir den Film in der zweiten Runde. Aber ist wieder normal springen, oder? Ja. Ja. Oh ja, endlich mal eine schöne Runde. Du brauchst ein bisschen ungewohnt, nicht mal so hoch zu springen, ne? Ich fand das Hochspringen eigentlich ganz cool beim... Da ist das Risiko geringer, dass ich irgendwo runterfalle beim Springen. Naja. Aber ist jetzt richtig ungewohnt, nur einen Block hochzuspringen. Man gewöhnt sich einfach viel zu schnell dran. Pink ist Maus. Warum sind wir immer Nachbarn? Domi, lass mich bitte in Ruhe. Ja, ja, ich lass dich in Ruhe. Ist okay. Hast Welpenschutz. Haha. Ja, Frieden. Der hat's verdient. Wo ist er denn? Der ist Rot. Wo ist ein Rot? Schaff ich den Sprung darüber? Ja. Aber ich glaub, dann komm ich nicht mehr zurück. Ach, war der Feuerball. Feuerball ist immer gut. Ach ne, du mit deinen Feuerballen. Ja, Feuerball ist immer lustig. Da kichere ich immer ganz doll. Du nicht? Nee. Okay. Aber bei Eisen Golem da kicherst du, ne? Und Obsidian Blöcken. Ja. Das findest du ganz lustig. Warum fällt dir eigentlich so oft aus der Welt? Ich versuch mich rüber zu bauen. Ach so. Ja, Reitschen auch. Sag mal, Alter, ihr seid ja echt einmal mit Profis spielen. Hahaha. Wollte ich gerade sagen. Irgendeiner von euch schon in der Mitte? Ja, ich. Oh, hallo. Jetzt ein bisschen Kuscher hin und Schwert im Gesicht und so. Ne. Aua. Ja. Oh, der war richtig schön geschossen. Der war wunderschön. Ey. Hallo. Okay. Welten Schutz ist okay. Er ist gekommen. Oh, es hat sich nicht zu mir gebaut. Was ein Ehrenmann. Oh, okay. Ich geh wieder. Ich hab nur kurz eine Diamanten geklaut. Ähm. Machen wir los. Alles gut. Okay. So ein ganz fröhliches Miteinander hier. Keiner greift irgendeiner an. Alle teilen ganz brav. Spacko. So ein Ekelhafter. Jetzt hast du meine ganzen Emeralds. Jetzt bist du auf meiner Target-Liste. Ja, ja. Und jetzt targeten. Wie, wie ein Basti sagen würde. Das hat so gepasst eben. Ja, ja, ja. Ich weiß schon. Ich hab mal bessere Rüstung kaufen können. Aber daran denk ich nicht. Weil ich hab's auch nicht nötig. Ich fand mich gemaußen. Ne, Maurus. Lass dich in Ruhe. Ne, du hast mich angegriffen. Du hast jetzt Full Diamond, ne? Alter, du kennst mich mal Kreuzweiser. Du kennst mich am Zückeli. Was? Wie? Full Diamond schon? Ja, der hat meine Emeralds geklaut. Äh, das geht. Und dann trifft er mich nur einmal, der kleine Stinker, Alter. Okay, aber ich geh nicht weiter auf dich, weil das ist echt ein bisschen. Dann bist du wieder so schnell raus. Und dann heult Maurus wieder. Ich hab nicht geheult. Ich hab nur 10 Sekunden lang geheult. Oh, hallo. Na? Ah, du gehst... Okay, gut. Dann viel Spaß. Maurus, da kommt jemand. Alter. Der ist einmal immer vorbeigelaufen. Das fand ich lustig. Sag mal. Ich find das so geil. Wie er sich immer freut, wenn er mich sieht. Oh, ja. Oh, ja. Er schmeißt immer richtig nette Wörter ins Gesicht. Ja. Oh, ja. Oh, nein. Er kommt wieder Maurus. Da geht er zu den Dias. Da fang ich ihn ab und klatsch den Jungen weg. Adi, hallo. Ey, du hast ein Holzschwert, aber Dias Rüste. Aua. Oh, ja. Du hast mich echt gut getroffen. Was? Ich hatte noch 3 her. Ich darf die echt nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Nur ich hatte Angst, dass du wirklich heult, weil ich dir die richtige Kombo gegeben hab. Und immer wenn ich Emeralds hab, dann machst du mich weg. Weiß denn los mit mir? Ja. Domi, du hast echt verdient Emeralds zu haben. Ja, ich glaube auch deswegen. Der gerade ist ein Bringdienst. Ja, ja. Ja, halt wirklich. Wir sind immer zu dir richtig freundlich rüber. Ich hab grad frisch geholt und da, da bitte schon darfst du haben. Ja, genau. So läuft's. Eigentlich muss ich dich wirklich kaputt machen, einfach weil du mich jetzt wirklich hier angegreift hast. Und dann heulst du wieder. Ist aber auch nicht dann toll. Nein. Immer bis einer weint. Ja, wirklich. Und Maurus ist immer der Erste. Oha. Domi ist ein kleiner Stinker. Oh ja. Was weißt du jetzt erst? Oh, hallo Reitschen. Hab dich gesehen, aber ich greife ihn nicht an. Welpenschutz und so. Alle haben Welpenschutz, außer Maurus. Oha. Okay, dann gehen wir dann alle zuerst auf Maurus. Ja, auf Maurus. Drei gegen eins, ey. Das geht für. Nein. Hast du grad runtergefallen? Nein. Wow. Und die hab ich mit einer Emeralds geschenkt. Einmal mit Profis. Einmal mit vorher, richtig. Ja. Domi. Ja. Aus. Ja. Sagst du. Du hast mich hier zweimal umgebracht. Aber danke für die G-Haus. Domi. Lass uns mal Regen ein bisschen unterwandern. Nee, 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 nee. Du kühlst mich hier zweimal und willst dann mich mit anderen dir zu teamen, Junge. Das glaubst du selber nicht, oder? Was willst du da? Gehst du weg? Ich guck nur. Ja, ja. Ja, ja. Luki, Luki. Wie war das denn? Ich war meinen Diamanten. Domi. Nur Luki, Luki machen, ne? Ja, ja, ja. Kommt Domi auch noch unterwandern. Nein. Ich wollte dir grad helfen von ihm. Warum kann ich denn keinen Feuerball werfen? Geht nicht? Ja, das hatte ich vorhin auch das Problem. Ja, genau. Komm jetzt. Ich kann die nicht werfen. Ich kann die nicht werfen. Meine Feuerbälle wollten ja eigentlich Hallo sagen, aber irgendwie geht das nicht. Boah. Meinst du? Die wollten auch mal gucken. Ja, ja, genau. Warum kommt jemand jetzt auf mich? Ich hab nur deine Dias geklaut. Das erlaub ich dir sogar. Ja, danke. Ich wollte doch nur einmal nett Hallo sagen. Ja, alle wollen immer Hallo sagen. Moritz geht immer drauf. Moritz der Böse. Ist immer so böse zu. Ja, ja. Aber dann, wenn er stirbt, heute als erstes. Ne. Das kenn ich irgendwo ja. Ja. Ich glaub, da kenn ich doch einen da. Und da ist dann... Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, schade. Oh, schade. Ich wollte einfach nur Hallo sagen und schon werd ich geschlagen. Ja. Das ist noch harmlos. Hallo. Das ist harmlos, Alter. Richtig gekommen. Nein, ihr seht, du kleiner Ekelhaft. Nein. Okay, tschüss. Du bist selber totgesprungen. Dafür kann ich nix. Oh, hallo. Ach so, warte, Welpenschutz. Okay, du hast gewonnen. Domi, wenn du jetzt zu mir gehst. Ne, ich weiß nicht. Ich wollte nur gucken, wo ich zu Hause bin. Ich bin grau, oder? Ja, ich geh nach Hause. Alle gut. Bist du grad auf Maurus? Nein. Okay, dann nicht. Dann hab ich mich wohl verguckt. Oh, ja gut. Das hat sich wohl eine Idee. Ich sag mal, Rajen, danke für deinen Dias, ne? Warum bin ich mit sieben Dias zu Maurus? Da hab ich mich auch gefragt, warum ich mit 19 MRLs zu ihm gegangen bin. Oder wie viele das waren? Elf. Ach so, ja, dann, okay. Ist nicht so schlimm, meinste, ne? Komm raus, ich besuch dich mal. Mach ich mal gucken, wie lustig die ganzen Sachen sind, die ich jetzt gekauft habe. Ja, ich auch. Ich habe Lust zu Maurus zu gehen. Oh, ja. Oh, da komm ich auch gleich vorbei. Oh, ja. Perfekt, dann. Guck mal, ich möchte auch noch mal Hallo sagen. Ein bisschen Party machen. Ja, genau. Wir machen eine Party. Ja. Ich bring dir sogar eine Überraschung mit. Oh, ja. Ich bring drei Überraschungen mit. Drei Überraschungen? Oh stimmt, warte, die Überraschungen muss ich auch mitbringen. Fünf, aber verschiedene. Okay, der erste, der wurde schon mal hier. Ja, ja, aber Bett ist fast frei, weil ich habe aber alles weg. Es sprengt fast. Maurus, hallo. Hier, guck mal. Und da gucken wir mal ein paar Bettwanzen. Viel Spaß. Und guck mal hier TNT. Party. Ah, ich werde gehauen. Ich werde gehauen. Ich muss mich hier Feuerball. Ah. Ah, das Spiel vernünftig. Ja, mach ich doch. Ich bin grad. Und ich bin tot. Ich habe vergessen, den Feuer... Oh, ich habe vergessen, den Goldapfel zu futtern. Ey, Leute, danke schön für die Dias. Ja, kein Problem. Wolltest du mal wieder vorbeibringen? Ich dachte, das wäre sonst unfair. Tschüss, tschüss. Bist du tot? Ja. Ich habe das Bett abgewälbt unter mir. Oh, Gott sei Dank. Alter. So richtig böse, ey. Nur weil... Nur weil... Durch meine Hand stirbt die ganze Zeit. Ja, ja. Das war die Rache. Domi, räche mich. Ja, ja. Kein Welpenschutz mehr. Wenn du meinen Kompagnus weg machst, dann legst du dich auch mit mir an. Hallo. Oh nein, sie hat einen Feuerball. Let's go Domi. Let's go Domi. Oh Mann. Ah. Wo hab ich mir richtig reingesprungen? Das sieht schon richtig cool aus. Oh, danke. Ach, dein Mesh Rates. Damit kann ich bestimmt tolle Sachen kaufen. Meine Base ist dein Zuhause. Nimm dir alles was... Oh, danke dir. Ja. Also ich muss sagen, mir ist eigentlich jetzt alles egal. Ich hab ein Bett abgebaut und einen Kill gemacht. Und das obwohl ich das heute zum ersten Mal spiele. Hast alles erreicht im Leben. Alles erreicht im Leben. Ja. Aber bei mir gibt's gar nicht so viel zu sehen. Ich glaub, das sieht aus wie bei jedem anderen auch. Also brauchst du gar nicht... Ach so. Also brauchst du irgendwie gar nicht... Mit was, der Alte? Was? Es lohnt sich gar nicht, meinst du? Ich brauch nicht für hier ein bisschen Party. Ja, ja. Sieht aus wie überall. Ja, guck. War lustig. Du hast wahrscheinlich auch gleich mit dem Feuerball. Ich seh's schon. Oh ja. War so klar. Hast du wahrscheinlich noch mehr, oder? War so klar. Ei. Hast du wahrscheinlich noch mehr, oder? Ja, ja. 30. Ja. Okay. Was? Irgendwie glaub ich dir nicht 30. Willst du's ausprobieren? Ja, ja. Warte. Hast du noch eine? Nee. Aber irgendwie... Warte. Ich glaub, der hat wirklich, dass du 30 hast, ne? Hallo. Guck mal. Ich hab immer noch TNT. Guck. Wir singen TNT. TNT. Ja, richtig. Ah! Oh ja. Oh mein Gott. Danke fürs Wasser. Hier, TNT. Nein. Ja. Oh ja. Danke fürs Wasser. Upsi. Nein, mein Bett ist weg. Es tut mir leid, aber es war Absicht. TNT. Ja. Ah! Oh, vielleicht hätt ich runtergehen sollen. Warte. Noch kurz Gold abfügen. Yum, yum, yum. Dann ist auch fair. Und dann... Oh nein, Maus ist ja so klar. Willst du Welpenschutz? Nix, Welpenschutz. Nix, Welpenschutz. Nix, Welpenschutz. Okay. Oh, die haut nicht. Gut. Dann, dann, Alter. Komm her, du. Dann, komm her, du. Dann, komm her, du. Dann, komm her, du. Dann, komm her, du. Ja, gut. Alter, so, dass ich nicht mit ihm spaßen, ey. So. Sorry, ich hab dich, glaub ich, richtig weggeschnitzelt. Wirklich? Ja. Aber du hast mich aufgehauen. Maman. Hab ich nicht. Ja, du warst auch mal kurz mit dem Schwert drüber gestreichelt. Gott, ich hab die ganze Insel hier kaputt gemacht. Die ist komplett kaputt. Oh, jetzt bestimmt kommt er gleich mit seinen doofen Verteidigern da. War der mein Nachbar? War der mein Nachbar? Er war die ganze Zeit mein Nachbar. Ja, er war die ganze Zeit mein Nachbar. Oh, leider, das haben die Riebe gebaut. Ja, so ein Böser, ne? Berete. Ja, wirklich. Hallihallo. Oh nein. Alter, richtig hochgehalten. Okay, hier Feuerball. Oh nein, da hält er sich hoch. Aber die Goldapfel sind richtig OP. Also, man heißt Domion, kann richtig gut hier. Ah! Wie viele hast du, bitte? Viel Spaß mit denen. Aber eigentlich ein guter Fight, ey. Ich mach jetzt nur Low-Count. Läuft dich besser. Oh nein. Einfach hier runter, ja. Dann kannst du mich nicht weghauen. Wie viele Goldapfel hast du, bitte? Ich kaufe mir jetzt auch welche, pass auf. Muss schon schnell genug sein. Okay, hab welche. Ich hab sogar wirklich welche gehabt. Du nicht gegessen? Komm schon. Ja, warte. Oh nein. Nein. Nein! Warum verliere ich immer? Ich wollt essen. Ich hab's vergessen. Ich hab vergessen zu essen. Okay. Mann, das sah doch so gut aus. Ey, ich hatte Schutz 4. Schutz 4? Okay, ich hatte nur Schutz 3. Ach, Mann. Ah, nee! Was ist mit der Runde? Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo da. Und besonders bei Domi. Danke für die Abo dazu. Das muss ich selber nicht machen. Tschüssi. Ciao. Das war eine geile Runde. Das war richtig cool.